Musik Auch wenn es irgendwie den Unterschied gibt, dass wir auf der Bühne stehen und die Leute davor stehen, fühlt es sich gar nicht so an. Es fühlt sich eigentlich an wie ein großes Zusammen. Ich glaube nicht, dass die Songs uns einfallen. Ich glaube, dass die Songs zu uns kommen. Man muss einfach seinem Bauchgefühl folgen, man muss dieser Intuition, man muss einfach darauf vertrauen, dass das, was man macht, dass das funktioniert, dass das gut ist, indem man einfach folgen. Ich brauche das einfach immer, so ein Gefühl von Wohlbefinden und Kuscheligkeit. Und ich versuche einfach überall, wo ich bin, sei es auf der Bühne oder im Studio, immer eine Situation zu schaffen, in der ich mich in meiner Haut wohlfühle. Weil nichts ist es wert, dass es nicht so ist. Ich sitze allein am Tisch für zwei. Dieses Gefühl, deine Songs und der Welt zu teilen, das ist ein unglaublich hammelndes Gefühl. Ich bin in der Nacht. 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 Natürlich sind wir jetzt irgendwie Künstler oder so, aber vor allem sind einfach Ryan und Samy. und daran wird sich auch nie was ändern. Wir wollen wir sein.